Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Brotherhood und jetzt sind wir hier bei der nächsten Leonardo-Mission, wie angekündigt. So, Kriegspläne, die Templar aufsehen, eliminieren und die Karte finden, das machen wir wie im letzten Mal auch. Das ist gar kein Problem. Achso, die 100%, 100%? Den Aufseher mit der Pistole töten wir 100%, okay. Das können wir natürlich mal ausprobieren. Die Pistole, da ist sie. Jetzt, auf ihn! Jetzt, jetzt! Aua, du Sack! Das war unfair. Du möchtest gerne, ne? Das ist gar kein Problem. Beim Wiggy. Boah, sag mal. Na komm. Jetzt müssen wir den hier auch nochmal kurz plündern, weil wir brauchen ja die Karte auch noch. So, vielen Dank. Und den hier plündern wir auch direkt. Vielleicht haben die ja noch ein paar Kugeln wieder dabei, aber ich glaube eher nicht dran. Na, sah jetzt nicht so aus. Okay. Gut, dann laufen wir mal Richtung Leonardo's Mission und fangen die an. Und was haben wir hier? Achso, das ist er noch, okay. Den brauchen wir gerade nicht. So. Ist da irgendwo ein Zettel hing? Ach da. Zack. Haben wir 25% weniger. Und jetzt sind wir da. Dann schauen wir doch mal, was uns in der Mission erwartet. Hölle auf Rädern. Leonards Panzerwagen ist ein anspruchsvolles und verheerendes Kriegsgerät, das den Ausgang einer Schlacht verändern kann. Es muss zerstört werden. Volle Synchronisation, den Panzerwagen keinen Schaden nehmen. Okay. Den Architekt des Panzerwagens ausspülen. Alles klar. Die Erfindung ist sicher und die Spione in Ketten. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. Boah, da ist schon wieder einer. Also manchmal. Genau, schlagen wir uns mal hier hinter lang. Das scheint ja relativ gut zu laufen. Und tschüss. Den einmal kurz weg hier. Damit wir den in Ruhe hoch folgen können und der uns nicht von hinten aus Versehen entdeckt. So. Da müssen wir doch wahrscheinlich irgendwie gleich hoch. Komm schon hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Da ist der Architekt, der Architekt denn verprügeln. Na komm. Was wollt ihr? Wo sind die Pläne für diese Waffe? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens drei Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir... Wir haben drei Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von dem Plänen einer Zelle. Die helfen euch. Sehen. Okay. Das haben wir schon mal. Das war klar. Ja, ich wollte schnell da hoch, aber da stand einer. Habe mir fast gedacht, dass da einer steht. Ach ja. Okay, dann nochmal anders. Dann gehen wir einfach mal hier hoch. So. Hier sind die Pläne schonmal. Und wechselt die Pläne. So, und jetzt sollen wir irgendwie... Da haste ich Söldner. Da musste ich kurz wussten, Entschuldigung. So, ähm... Achso, den Panzerwagen keinen Schaden nehmen ist die Vollsynchronisation. Okay. Er kommt jetzt. Das ist jetzt natürlich... Ah, ärgerlich. Oh, das war knapp. Hä? Wieso konnte ich den da nicht? Oh, was ist das denn für eine Scheiße? Wieso kam der denn da wieder hoch? Der war doch weg. Das war doch ein ganz anderer. Warum gibt denn der nicht zurück einfach auf seine Position? Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Dann klettern wir hier doch einfach nochmal hoch. Da war ich zu. Da habe ich nicht genau genug gezielt. Das war blöd. Ah, wir werden so auf die synchronisiert, ne? Weil wir so ne... Ach, Mann, ey. Manchmal nervt's echt. Dieses Spiel nervt manchmal ein bisschen. So, kommt mein Freund eigentlich hier hin oder geht er nur da vorne? Ich hasse diesen Typen. Ich hasse ihn. Er ist so nervig da drüben. Boah, Alter, warum steht denn der auch da? Und der sieht ja alles. Der dreht sich um, geht weg, du mal versuchst was und er guckt dich trotzdem an. Okay, jetzt reicht es mir nicht. Ich gehe halt als erstes aufs Korn. Wenn der unbedingt will, dass er drauf geht, dann... Das ist ja die Frage, ob er überhaupt hier rüberkommt, ne? So, weg ist er. Weg ist er. Und weg ist er. Warum machst du das? Kletter doch doch nicht hoch. Folgt uns. Sie halten den Weg geheim. Aber wir haben den Eingang entdeckt. Fasst ihn! Oh, Alter, das ist der Sass. Weg, 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 komm. Und weh die aus. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, Mann, lauf doch mal irgendwo hin. Tu einmal das, was man dir sagt, Ezio. Ein einziges Mal, das wäre super. Nein, ich hab' die aus. Es ist nicht drin. Ich hab' die behalten. Nein, ich hab' die auf. Versuch' die anzufangen. So. Na komm Boah, sag mal Meine Fresse Wie hat er das schon gemacht? So Und jetzt lauft mal vor Oh, schon wieder Was haben wir noch so zum Schicken? Oh, schon wieder So Einfach ein bisschen Rumschießen Und dann mal rein da Ich würde sagen Unser Weg führt uns hier oben lang So Entschuldigung, kurz geräuspert Ich laufe hier mal kurz entgegen Weil ich muss hier einmal ganz kurz an die Truhe Das ist absolut richtig Da ist bestimmt viel Geld drin Ja, guck mal, immerhin 500 Das ist schon viel So Dann hier rüber Das war richtig stark von dir Ätzio mal wieder Da weiß ich gar nicht Was ich dazu sagen soll Ich bin richtig stolz auf dich Na, immerhin gibt es ein Tor dafür Das, was verkackt hat So Auch wieder 500 Sehr schön Das ist immerhin ein bisschen was wir finden So Und nochmal Zack 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 Hier rüber Und auch dorthin So Dann machen wir es nochmal so Und auch hier wieder So Passt bloß auf Na, dann kommt mal mit Ich lasse die Brücke herab Wir lassen die Brücke herab Okay Wahrscheinlich irgendwie hier lang Macht einen ganz guten Eindruck Das ist Ja Ich stelle die Fähigkeiten Von Ätzio mal nicht in Frage Wenn ich sage Zurückspringen Und er Muss nicht So Damit haben wir die Brücke schon mal abgelassen Und hier ist Ein Checkpunkt gewesen Leonardo will, dass ich damit fahre Keine Anleitung War klar Bewegung Aber die Steuerung ist auch schon mal etwas einfacher Als das Fluggerät So Kanonen zerstört Zwei von sechs Da geht es noch mal hin Die Steuerung ist schon ein bisschen Ein kleines bisschen kompliziert Aber Oh, wir gehen das hin Oh, wir gehen das hin Nächste Nächste Von sieben Okay Oh, verdammt Sag mal Also manchmal Bleibt er einfach am Stein hängen Ey, da haben die Steine irgendwie eine richtig riesige Hitbox Okay, so weit Schießt er nicht Ich habe es auch nicht Ehrlich gesagt nicht ganz erwartet Aber Probieren wollte ich es Achtung Ja Mitten am Stein Im Abbruch fall Ohne dass sie auf dem Stein war Also einfach Das ist auch Also manchmal No 6 von 7 Das letzte No Jetzt könnte es ja eigentlich Nicht mehr lange dauern Bis wir am Ende sind Glaube ich Obwohl Da könnte auch Ein großer Kampf kommen Mal wieder Wäre ja gar nicht so untypisch Das war vielleicht dämlich Das ist jetzt schon zu zisch Ja Wenn unseres beschädigt werden kann Dann ihres auch Nur noch ein paar Treffer Das war's Ich schau mal mit deren Panzerwagen Das ging ganz gut Würde ich sagen Haben wir das ganz gut geregelt Aber da kommt bestimmt noch einer Oh Oh последniere Wir haben Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind wir sind werden Legge Wir sind 1 2 5 1 Fall bloß nicht auseinander! Ja, so hast du mit der Freundin auf die Situation, aber ich hab mir schon fast gedacht. Wir zermahlen Cesares her! Na, kommt schon. Ich würd' dich gern behalten! Kaputt! 2100 und Erfolg, kabumm! Sehr schön! Ja, wir haben leider Schaden genommen. Na gut, das ist dann eben so. Kann man nichts ändern. Aber wir haben unser Bestes gegeben. So. Oh! Oh! Ätzio. Wie du weißt, wurden alle meine Erfindungen zerstört. Doch durch diese Wirren konnte ich etwas nur für dich herstellen. Was ist das? Mit dem Gerät kannst du aus jeder Höhe sicher landen. Nicht so unhandlich wie die Flugmaschine. Du kannst es überall hin mitnehmen. Grazie, Leonardo. Ja. Haben wir da etwa einen Fallschirm gekriegt? Hier kann ich nicht interagieren für die Handschuhe, ne? Okay. Okay, Fallschirm freigeschaltet. Sehr schön. Neue Gegenstände beim Schneider freigeschaltet. Okay, dann kommen wir hier oben. Ist doch eine Bank, oder? Da. Weil wir haben relativ viel Geld im Banktresor, das wir mal abheben können. Damit wir wieder uns irgendwas Schnieges kaufen können. So. Geld abheben. Sehr schön. Ja, 63.000 haben wir jetzt. Das ist eine Kleinigkeit. Und wir haben Leonardo abgeschlossen. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt nur noch... Oh, wir sind hier bei dem nächsten Pferd. Den können wir mal ganz kurz kaufen, wo wir hier auch auf der Ecke sind. Können wir den mitnehmen? Würde ich sagen. Der heilige Stuhl hat den neuen Verhaltensregeln bezüglich sitzsamer Kleidung... Das macht Sinn, wenn wir eh grad hier sind, dann nehmen wir ihn mit. Dann haben wir das erledigt. Und ein paar haben wir ja sowieso noch davon zu kaufen. So, ein Komma wieder erhöht, Pferdestall freigeschaltet, so log ich mir das. Okay, drei von neun haben wir renoviert. So, jetzt ist die Frage... Was haben wir noch so hier zu tun? Das haben wir. So, 93 Prozent. Was fehlt hier denn noch? Hier fehlt noch das. Das... Hier ist noch ein Maler, der uns fehlt. Ein Kunsthändler, den könnten wir uns auch mal eben besorgen. So, wir können hier mal ein bisschen Geld hier ausgeben. Aber 23.000 brauchen wir eigentlich noch für den Schmied. Damit wir uns das bessere Schwert kaufen können. Eigentlich. So, da ist er. Einen rausbauen, bitte. 1.200 kostet aber schon, oder fast 1.300 sogar. Krasser Scheiß, ey. Okay, das haben wir auch. Ich weiß, ihr wollt kleine Abbilder eurer selbst in den Ecken dieser Meisterwerke. So, und dann... ist die Frage, was fehlt uns noch? Jetzt haben wir hier noch ein leeres Fraktionsgebäude. Da unten haben wir noch... was wieder aufzubauen. Genauso wie hier. Also, wir haben endlich nicht mehr viel. Wir haben noch ein paar Fraktionsgebäude. Das... Wir sind ja gerade hier, ne? Dann lassen wir uns das Fraktionsgebäude doch auch direkt holen. Vom großen Maestro Baldassare Baldolini selbst. Wo wir gerade hier sind. Genauso wie das hier. Kann auch weg. Das braucht kein Mensch. So, und hier irgendwo... Oh, Entschuldigung. Wo ist das Problem? Hier ist... Da ist es. So. Ja, komm, machen wir mal Kurtisan rein und dann ist gut. Machen wir mal was anderes. So. Damit haben wir auch das erhöht. So. Hier unten haben wir alles, 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 alles fertig. Da fehlt noch was. Und dann haben wir hier oben noch... Hier oben haben wir noch das und noch das. Dann können wir noch... Lass uns doch mal auf dem Weg mal da hinlaufen. Dann haben wir nämlich das Wald... Bald... Ich glaube, ich sollte mich auch besser vormhalten. Dann haben wir nämlich auch das Wald. Vielleicht war alles soweit fertig hier, dass wir mal ein Bezirk abschließen können. Das würde mich auch relativ happy machen. Wenn wir den fertig haben. So. Ich muss mal die ganze Zeit... So, da ist das Schild. 49.000. Ja, komm, schnappe. Gönnen wir uns. Was wir haben, das haben wir. Na, so hoch ist die Erhöhung nicht, ne? Die wir jetzt in der Bank kriegen, muss man sagen. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen mehr, wenn wir sowas kaufen. Aber okay. So. Dann haben wir das. 98% haben wir hier. Dann haben wir nämlich noch ihn hier oben. Den können wir uns auch mal eben noch besorgen. Das kann ja auch nicht so viel kosten. So, jetzt haben wir natürlich ganz viel Geld einfach schon wieder ausgegeben. Also eigentlich das meiste Geld haben wir jetzt wieder ausgegeben. Aber gut. Ist dann so. Eigentlich wollte ich ja das Schwert kaufen. Aber mein Gott. Irgendwann müssen wir ja auch mal mit der Stadt hier fertig werden. Und ehrlich gesagt kommen wir mit dem Schwert ja noch. Eigentlich ganz gut klar. Aktuell. Okay. Das wollte ich auch eigentlich nicht. Aber es war auch eigentlich nicht der Plan, da oben zu klettern. So. Oh. Oh. Das Dorf Valentino. Welches vorüber geht. Keine Gäste mehr. Mit seinem wunderbaren. Erwartet. Erfüllung. Wie. 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 Und hier ist irgendwo noch eine Bank, ich will immer Luigi sagen, aber für Leonardo, da könnten wir eigentlich mal ganz kurz Halt machen. Und dafür haben wir noch genug Geld, theoretisch. Ist sie das? Nee. Ach, es hat sich weiter versteckt, deswegen habe ich es nicht mehr gesehen. Okay. Es war unter dem anderen Weißen. Das war richtig gut. Na gut. Wir wollen also kämpfen oder was. Na los. Wenn ihr das jetzt rum nicht wollt. Oh, kommt schon. Reicht es jetzt mal? Danke. So. Eigentlich, ich will doch hier nur... Ich wollte hier doch nur einmal auf die Bank, wo immer sie ist. Sie ist da oben, ne? Sie ist da oben. Okay. Die Messe für die Opfer des Kirchenbrandes von Santerino findet vor. Gut, dann laufen wir nochmal da eben schnell rum. Da viel Zeit muss sein. So, und da oben ist die Bank. Immer interagieren, bitte. Brauchst du neue Erfindungen? Was hast du denn noch so für mich? Das müssten theoretisch noch die Handschuhe gerade da sein. Das ist ja denn nur das neue. Ne. Die Kletterhandschuhe. Ja, dann besorgen wir uns die doch mal. Ich muss in meine Werkstatt zurück. Warte hier. Damit ist nun nichts mehr außer Reichweite. Sehr schön. Damit haben wir auch die Kletterhandschuhe freigeschaltet. Und dann würde ich sagen, wir sind uns dann wieder in der nächsten Folge damit von Assassin's Street Brotherhood. Und ich denke, ich werde in der Folge dann einmal kurz, oder zwischen den Folgen einmal ganz kurz gucken gehen, was das kostet. Und danach werde ich dann wohl uns bei der Mission einfinden und ab dort dann weiterspielen. Beziehungsweise ab da dann weiter aufnehmen. Und dann würde ich sagen, wir sind uns wieder in der nächsten Folge von Assassin's Street Brotherhood. Bis dahin. Vielen Dank fürs Dabeisein und Tschüss.